Hallihalli meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Half-Life 2 Episode 2. So mein Freund, komm! Wir schauen mal wo es lang geht. Immer schön die Larven zertreten. Das freut diese, wie heißen die? Sandameisen. Oh. Was machen die da hinten schon wieder? Okay. Alle tot. So, ich speichere nochmal. Ah, ich glaube wir müssen hier lang, was? Dieses gewaltige Gerät sollte die Angriffe der armersten Löwen meisterhaft abwehren. Welches? Mit Zustimmung von Dr. Freeman sollten wir uns einen Weg dort hinbahnen. Ja, das tun wir auch. Ich wechsle die Waffe. Wir haben sehr viel, sehr viel Munition. Das ist sehr gut. Oh. Ein Vibrationsgerät. Diese sind höchstlos an den armersten Löwen. Aha. Die halten sich davon also fern. Wer? Das wer auf unserer Seite kämpft. Wer? Das wer auf unserer Seite kämpft. Habe ich nicht gehofft? Okay. Ähm. Du wartest hier. Ich hol mir die Vorräte. Okay. Okay, das brauchen wir nicht. Ziemlich cool, das Ding. Oh. Er hat es leider nicht geschafft. Ich hab mir gerade gehofft. Oh. Ich hab mir schon geholfen. Erst pok mal, was hier ist. Oh, oh, ouch Oh, oh, was Okay, das erste Mal gestorben Holla, die Waldfee 152 So Autsch Wo kam der denn jetzt her? Wow Autsch Oha, die blöde Spinne spuckt noch Gut, der hat sie Ich hole mir die hier So, äh, Spinne Autsch Autsch Okay, 16 Schuss Äh, 6 Schuss So, was müssen wir denn machen? Oh, da oben Geht's ja noch hoch Wäre ich da mal früher hoch? Oh nein, jetzt Jetzt kommen da auch noch Moment mal Wo kam der her, verdammt Was ist das? Was ist das? Ich höre doch hier noch irgendwas Ach, du blöder Stuhl Was ist denn los mit dir? Was, welches Band? Was? 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 4, 5 1 Ah, 1 oder 1 Weg mit dem blöden Stuhl hier So, einmal darüber Gut, und dann das da Oh, sehr gut Viel Munition Hup Hä? Was ist das da? Hier ist auch nochmal Der Fix So, können wir hier rein irgendwie? Ähm Jetzt nochmal Da brauche ich nicht So, dann Einmal nochmal da oben hin Hup Das hier war Das ist ne Mine, ne? Das sind Minen, jawohl Die könnten wir doch Erstmal hier hin tun Die hätte ich jetzt irgendwo aufstellen können Ich weiß Egal So Ähm Erstmal alle Waffen durchladen Okay, was Äh Was genau machen wir jetzt? Wo genau gehen wir jetzt hin? Na? Schrotflinte So, war hier noch irgendwas Da kommt man nicht rein Ah, oh Wir sind ja Oh, schön Da ist ja Kommst du oder? Ja Ja Aus einem ganz bestimmten Grund Okay, ich geh hoch Okay, ich geh hoch Autsch Okay, ich geh mal So, ich geh mal hier hin So, ich geh mal hier hin Und tschüss Und tschüss Kein Problem Der kommt da unten Zurecht Ach, hier kommt er ja schon Sehr gut Sehr gut Okay, los geht's Lade Daten Nein Schrotflinte Ja, ich glaub Der ist irgendwie Der hat eine E-Zigarette im Mund gehabt Die explodiert ist So wie der aussieht Ziemlich verbrannt Okay Ich glaub, wir müssen hier durch Na? So Mit der vier Kommst du? Jawohl Ähm Okay Das war ein Wächter Okay Böses Tier Komm Ich hab Angst Ähm Kaboing Der Freeman Der wird's riechen Dann Ja Schon Ähm Vorsicht Müssen wir hier hoch Müssen wir runter Okay, wir gehen mal hier lang Komm Mal schauen Hier ist nix Nein Lade Daten Daten Dada da 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 daten Da 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 daten Kommst du? Ja, wunderbar. Okay. könnten wir ihnen das extra schnell bringen vorausgesetzt wir reparieren den fahrstuhl ja dann wie gelangen wir hinunter ja weiß ich nicht wir schauen mal nach also hier geht schon mal nur nirgends lang dann komm mal mit wir gehen mal richtung p3 gut hier sieht es auch eher nicht so gut aus dann würde ich sagen ich gehe mal hier runter und dann bin ich tot deswegen spreche ich erstmal hier und dann nipfen wir mal darüber ab vorsicht ja hilfe ab wenn der wächter darf nicht sterben der wächter darf nicht sterben wir müssen das rad hier bewegen ja bis das da drin jetzt haben wir uns ein hallo ich bin das skelett skelett voraus mein freund skeleton der schaut nach dem rechten so was mag ich ja der wächter darf nicht sterben aber wir dann oder wie ruf sie ruf sie ruf sie nur da unten lang da sollten wir aufpassen denn da der holt sich schon ein unsere freundliche zunge tot gelaufen aus versehen okay das hier ist ekelhaft ich speichere noch mal zufällig gegessen die freundliche spinne von nebenan die wie wir jetzt mitbekommen haben keine spinne ist sondern eine ameise schöne höhle habt ihr hier lecker lässt du das giftameise und nicht von da kamen wir ne giftameise und nicht spinne aber sieht trotzdem irgendwie aus wie eine spinne könnte sagen was ihr wollt ich speichere nochmal blüb lalala schön dass man äh ach so hier geht es im kreis herum wir müssen wohl offensichtlich hier lang ja ja das ok wächter darf nicht sterben oder wie will ich aber schon dafür und tot morphe verabreicht oder verabreichen ok wir bringen ihn mal nicht um wir lassen ihn hier mal dagegen semmeln und rennen an ihm vorbei und rennen an ihm vorbei hier kommt er nicht rein ein gewirr weg galoppiert jetzt holt er seine freunde ja sag ich doch wo müssen wir hin auch hier lang oder wie speichern da ist er gerade wieder vorbei gerannt aber das gute ist hier kommt er nicht rein und tschüss da galoppiert er weiter ich weiß nicht wo wir hin müssen wo ist er denn jetzt und was haben wir da gerade eingesammelt hallo wächter 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 naja wächter kommt nicht das heißt wir gehen mal hier lang hier kommt er ja nicht rein weil er zu dick und zu fett ist hier kommt er aber rein so und deswegen warten wir hier drin und machen hier bei den toten Larven mal eine kleine folgenpause und sehen uns dann morgen wieder wenn es wieder ist time to play hier bei half life 2 episode 2 bis dahin macht es mal gut tschüss